Sie kamen herauf bis zum Tal Eschkol und sahen das Land, aber sie machten das Herz der Kinder Israels abspenstig, sodass sie nicht in das Land ziehen wollten, das ihnen der Herr gegeben hatte. Und der Zorn des Herrn entbrannte zu jener Zeit, und er schwor und sprach für wahr. Die Männer, die aus Ägypten gezogen sind, von 20 Jahren an und darüber, sie sollen das Land nicht sehen, dass ich Abram, Isaac und Jakob zugeschworen habe, weil sie mir nicht völlig nachgefolgt sind. Und ausgenommen Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kinesiter, und Joshua, der Sohn Nuns, denn sie sind dem Herrn völlig nachgefolgt. So entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er ließ sie in der Wüste hin und herziehen 40 Jahre lang, bis die ganze Generation aufgerieben war, die Böses getan hatte in den Augen des Herrn. Mose hatte so viel Abfall erlebt mit dem Volk, so viel Rebellion, und so tief hatte sich diese Sache eingebrannt, dass sie damals so nahe an der Grenze des verheißenen Landes waren und wieder umkehren mussten, 40 Jahre lang in der Wüste im Prinzip verschwendet hatten, wegen dem Unglauben, dass er hier sehr sensibel reagierte und glaubte, dass schon wieder, und das wäre ja kein Wunder gewesen nach all den Rebellionen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, schon wieder der Geist der Rebellion sich breitmacht. Und so sagt er in Vers 14, und siehe, ihr seid anstelle eurer Väter aufgekommen, eine Brut von sündigen Männern, um die Zornglut des Herrn gegen Israel noch größer zu machen. Denn wenn ihr euch von seiner Nachfolge abwendet, so wird er auch sie noch länger in der Wüste lassen, und ihr werdet dieses ganze Volk verderben. Mose wusste, wenn die Israeliten schon wieder rebellieren, dann bleibt es nicht bei 40 Jahren Wüstenwanderung, Wüstenwanderung, dann wird es noch länger dauern und noch eine Generation wird in der Wüste sterben. Das sollte uns deutlich machen, dass auch wir die Verantwortung haben, aus den Fehlern früherer Generationen zu lernen, dass wir nicht noch viele Jahre und Jahrzehnte in dieser dunklen Welt bleiben müssen, dass wir anders handeln als unsere Vorväter im Glauben, um die, und so haben wir ja einige Zeugnisse dafür, in den vergangenen 150 Jahren schon so manche Gelegenheit verpasst haben, das gelobte Land, den Himmel einzunehmen. Da traten sie zu ihm und sprachen, wir wollen nur Schafhürden für unsere Herden hier bauen und Städte für unsere Kinder. Wir aber wollen uns zum Kampf rüsten und eilend voranziehen von den Kindern Israels, bis wir sie an ihren Ort gebracht haben. Unsere Kinder sollen in den verschlossenen Städten bleiben, um der Einwohner des Landes willen. Wir wollen nicht heimkehren, bis die Kinder Israels jeder sein Erbteil eingenommen haben. Denn wir wollen nicht mit ihnen erben, jenseits des Jordan und weiterhin, sondern unser Erbe soll uns diesseits des Jordan gegen Sonnenaufgang zufallen. Mose hatte sich vertan. Sie wollten gar nicht rebellieren, sie wollten sogar mitkämpfen. Sie wollten nur an einer anderen Stelle erben, als es ursprünglich vorgesehen war. Auch uns kann es passieren, dass wenn wir viel mit Abfall in der Gemeinde vielleicht konfrontiert gewesen sind, wenn wir oft gesehen haben, wie Unglaube grassiert, dass wir vielleicht auch überreagieren, wie hier Mose überreagiert hat in gewisser Weise, dass wir auch dort Abfall sehen, wo vielleicht gar kein Abfall wirklich vorhanden ist, sondern nur eine Meinung oder eine Position, die von unserem Denken bisher abweicht, aber die nach wie vor völlig mit dem Herrn und seinem Wunsch für die Eroberung Kanans übereinstimmt. Lasst uns lernen aus dieser Geschichte, nicht überall, wo von unserer persönlichen Meinung oder von unserer persönlichen Idee abgewichen wird, dass wir nicht überall gleich sofort Abfall und Rebellion widdern. Da sprach Mose zu ihnen, wenn ihr das tun wollt, dass ihr euch von dem Herrn zum Kampf rüstet, so zieht, wer unter euch gerüstet ist, über den Jordan vor dem Herrn, bis er seine Feinde vor seinem Angesicht vertrieben hat. Wenn dann das Land vor dem Herrn unterworfen ist, dann erst sollt ihr umkehren, so werdet ihr vor dem Herrn und vor Israel unschuldig sein. Und dieses Land soll euer Besitztum werden vor dem Herrn. Wenn ihr aber nicht so handelt, siehe, so habt ihr euch an dem Herrn versündigt und ihr werdet erfahren, dass eure Sünde euch finden wird. Wir können nicht gegen Gott sündigen, ohne dass wir irgendwann mit den Konsequenzen unseres Tuns konfrontiert werden. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, bitte hilf uns doch, dass wir lernen, nicht überall, wo Menschen andere Meinungen haben als wir persönlich, und wo Menschen Dinge anders tun, als wir sie dachten, dass man sie tun muss, dass wir nicht überall Unglaube und Abfall wittern, sondern dass wir verstehen, dass auch Menschen manchmal eine andere Position haben als wir und trotzdem für dich kämpfen wollen. Wir möchten dich bitten, dass wir aus dieser Geschichte lernen dürfen, dass du uns mit deinem Heiligen Geist die Liebe und die Demut in unser Herz gibst, die wir brauchen, um auch mit Andersdenkenden umzugehen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020